So, Leute, es ist jetzt tatsächlich soweit, der Tag ist gekommen, wir reden über Rambo. Und zwar den ersten Film, First Blood. Dieser Film ist 1982, erschien in Deutschland erst 1983. Und dieser Film war die Einführung einer Action-Ikone, und zwar der Figur von John Rambo, gespielt von Sylvester Stallone, die dann eine ganze Reihe bekommen hat, ein ganzes Franchise mit mehreren Sequels, über die wir auch reden werden. Aber heute reden wir hauptsächlich über First Blood, den ersten Teil der Reihe. Worum geht es in diesem Film? John Rambo ist ein Kriegsveteran, der früher im Vietnamkrieg war, der jetzt zurückkommt nach Amerika. Und irgendwie schafft er es nicht, sich in Amerika wieder zu integrieren, er kommt halt in so eine Kleinstadt. Und irgendwie sind die Kleinstadtanwohner ihm alle sehr, sehr feindlich gesinnt. Er wird ständig fortgeschickt mit den Worten, ja, wir wollen solche Leute wie dich hier nicht haben, solche Streuner, ihr macht nur Ärger, geh wieder da hin zurück, wo du herkommst. Und ja, dabei kommt er ja eigentlich aus Amerika. Das verwickelt ihn in einen Konflikt mit der Polizei, und ehe er sich versieht, befindet er sich in einem privaten, neuen Krieg. Die Kleinstadt rückt aus mit allem, was sie hat, irgendwann wird dann das Militär eingeschaltet. Und das ist im Endeffekt die Story von First Blood. Und an der Stelle, ich meine ja, es kommen jetzt milde Spoiler, weil wenn ich schon über Rambo rede, dann will ich jetzt auch wirklich über Rambo reden. Und nicht nur so, dann passiert das ungefähr. Ich meine, der Film kam 83 in Deutschland raus, und ich schätze mal, jeder, der Rambo sehen wollte, hat Rambo mittlerweile gesehen. Ja, tatsächlich habe ich die Filme jetzt das allererste Mal geschaut. Warum? Ich weiß es nicht. Dieses Ding habe ich mir 2014 gekauft. Ich kann euch nicht sagen, warum ich mir die Filme bis jetzt nicht angeguckt habe. Jedenfalls muss ich sagen, dass First Blood ein nach wie vor großartiger Film ist. Ich habe im Vorfeld schon viel von den Filmen gehört, und habe aber immer gehört, dass First Blood ein wirklich, wirklich guter Film ist. Und die anderen Filme dann Action, Feuerwerke sind, aber First Blood nach wie vor ein starker Film. Und das hat sich sehr, sehr bestätigt, als ich den Film jetzt geschaut habe. Und vor allem war ich beeindruckt davon, wie zeitlos dieser Film ist. Ich meine, der Film ist Anfang der 80er rausgekommen. Wenn man einen Filmjahrzehnt wirklich sofort erkennt, dann sind es die 80er. Aber dieser Film ist bis auf ein paar kleine Ausnahmen so unfassbar gut gealtert, und dass er auch in den 90ern hätte rauskommen können, in den 2000ern hätte rauskommen können, auch wenn dann mehr Drowningpool im Soundtrack gewesen wäre. Ein Film, den du auch jetzt noch rausbringen könntest, weil er vor allem auch in dem, was er aussagt, und die Themen, die er behandelt, nach wie vor hochaktuell ist. Und das war etwas, was ich an First Blood sehr, sehr zu schätzen wusste. Vor allem in der ersten Hälfte, da geht es auch ein bisschen darum schon, dass John Rambo dieses Kriegstraume hat. Das taucht dann aber noch viel stärker eigentlich in der zweiten Hälfte des Films auf. Aber in der ersten Hälfte des Films geht es eigentlich nur um einen Mann, der aus einem Kriegsgebiet in ein neues Land kommt und dort nicht akzeptiert wird von den Leuten. Und ob man es will oder nicht, aber das ist auch gerade die Lage, die wir in Deutschland sehr, sehr stark haben. Und das ist ein Film, der, finde ich, sehr, sehr gut das Gefühl vermittelt, wie es sein muss, wenn man solche Erfahrungen macht. Und in der zweiten Hälfte wird der Film dann natürlich noch ein bisschen spezifischer und geht noch näher auf dieses Kriegstraume ein. Ich fand es aber auch wirklich toll, dass sie John Rambo trotzdem nicht als diesen strahlenden Helden dargestellt haben, weil das ist er für sich selber eigentlich auch nicht. Er ist eigentlich nur eine arme Sau, die in Ruhe gelassen werden will. Es ist ein Mann, der von Tags bis Nachts geplagt wird mit Erinnerung an den Vietnamkrieg und sich eigentlich nur zur Ruhe setzen will oder arbeiten möchte, aber auf jeden Fall wieder Teil der Gesellschaft werden will und die lässt ihn nicht Teil werden. Und er wird immer wieder in diese Position gedrückt, dass er sich in einem neuen Kriegszustand befindet, weil er auch so lange im Krieg war, dass das das Einzige ist, was seinem Leben einen wirklichen Sinn gibt. Und wenn John Rambo dann in diesem Film gegen die anderen Leute vorgeht, die ihn jagen, dann ist das unglaublich spannend, aber es ist trotzdem nicht schön mit anzusehen, weil Rambo das eigentlich auch selber nicht wirklich will. Deswegen, na klar, John Rambo ist in diesem Film der Protagonist und er ist der Gute, aber auch nur der Gute in Anführungszeichen, weil die Taten, die er begeht, sind dann doch unfassbar radikal für den weiteren Verlauf des Films. Es ist wirklich, wirklich toll. Ich finde es wirklich toll, wie dieser Film dieses ganze Thema aufarbeitet und wie geschmackvoll er das irgendwie inszeniert und dann trotzdem auch wieder beinhart und mit einer Härte, die sein muss für dieses Thema. Es wird nie gewaltverherrlichend oder kriegsverherrlichend. Die Taten, die hier dargestellt werden, sind trotzdem irgendwie immer furchtbar und schlimm und man fühlt sich nicht gut dabei, das anzuschauen und es fühlt sich nicht toll an, John Rambo zu sehen, wie er hier durch den Wald wird und sich vor seinen Gegnern versteckt. Der Film schafft es vor allem vor der ersten Sekunde an eine wirklich grandiose Spannung aufzubauen, was vor allem daran liegt, dass dieser Film handwerklich absolut fantastisch gemacht ist. Der Film sieht wunderbar aus, auch heute noch, wie die Shots eingerichtet sind, vor allem die Bildsprache und da blieb mir vor allem eine Szene besonders im Kopf und zwar ist das die Szene, wo John Rambo in einen Stollen hinabsteigt und er nur eine Fackel hat, die den Rest der Höhle in rotem Licht tunkt und es ist symbolisch einfach der Abstieg in die Hölle. Die Hölle, die er schon damals in dem Krieg durchleben musste und das sind diese Dinge, die bei First Blood, finde ich, so noch einen draufsetzen und den Film nicht nur zu einem guten Antikriegsfilm machen, sondern zu einem sehr guten Antikriegsfilm machen. Der Soundtrack von dem Film ist super und vor allem auch die Schauspieler, allen voran Sylvester Stallone als John Rambo. Ich kenne Sylvester Stallone hauptsächlich als Rocky und John Rambo ist jetzt aber natürlich eine komplett andere Figur als Rocky. Eine sehr, sehr wortkarge Figur und eine sehr emotionslose Figur und eine Figur auch, die nicht wirklich viel Backstory bekommt. Wir wissen eigentlich so gut wie gar nichts über John Rambo, außer dass er im Vietnamkrieg war. Das reicht, um diese Story zu erzählen und da fand ich es auch wunderschön bei First Blood, dass er jetzt nicht irgendwie noch Nebenplots hat oder sonst irgendwas, was der Film sich dann aus dem Arsch zieht und dann im Endeffekt zwei Stunden geht, sondern der Film geht wirklich nicht mal 90 Minuten und ist so wunderschön straight, vorwärts und klar erzählt. Und da ist es dann halt auch überhaupt nicht schlimm, dass man nur über John Rambo weiß, dass er im Vietnamkrieg war. Und trotzdem kann Sylvester Stallone in diesem Film zeigen, was er wirklich drauf hat, vor allem in der Szene zum Schluss, wenn er mit seinem Colonel redet und sein Privatkrieg eigentlich schon wie zu Ende ist. Und er in Tränen ausbricht, weil er seinem Colonel erzählt, was er Tag für Tag durchmacht. Das ist eine Szene, die geht wirklich durch Mark und Bein. Die hat mich sehr berührt, als ich den Film gesehen habe und Sylvester Stallone spielt sich hier wirklich die Seele aus dem Leib. Es gibt ein paar Sachen, die ich an diesem Film aussetzen kann, aber die sind eigentlich so minimal, dass es vor allem das Auftreten des Colonels fand ich jetzt nicht per se schlecht und ist für den restlichen Verlauf des Films sogar sehr, sehr wichtig. Ich fand nur das Auftreten von ihm sehr, sehr plötzlich. Es war so wie, oh, jetzt ist der Colonel auch noch da. Und es war so, wait, what? Wo kommt der auf einmal her? Der ist sehr, sehr schnell hierher geflogen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Spannung, die der Film vor allem in der ersten Hälfte aufbaut, wo John Rambo gegen die Kleinstadtpolizisten kämpft, die kriegt der Film nicht nochmal so kreiert, weil die Spannung war so toll, weil du kennst wirklich jeden von diesen Kleinstadtpolizisten. Du hast zu jedem ein Gesicht und es fühlt sich irgendwie viel, viel intimer an, als wenn John Rambo dann gegen eine ganze Armeearmade antreten muss. Wie gesagt, der Film ist in meinen Augen ziemlich zeitlos. Es kommt nur der 80s-Action-Star dann raus zum Schluss, wann John Rambo dann oberkörperfrei mit den Patronengurten und der Waffe so an der Hand durchs Bild läuft. Aber das ist egal, das sind so minimale Sachen. Ich finde, First Blood ist nach wie vor ein absolut grandioser Film. Ein Film, der mich berührt hat, der mich zum Nachdenken angeregt hat. Ein Film, der, finde ich, immer noch topaktuell ist, mit einem großartigen Sylvester Stallone, einer tollen Bildsprache, einem guten Soundtrack und einer so graddienig erzählten Story. Es ist kein Wunder, dass John Rambo nach diesem Film zu einer absoluten Kultfigur geworden ist und ich gebe diesem Film wirklich wohlverdiente 8 von 10 Punkten. Und versteht mich nicht falsch, 8 von 10 Punkten sind in meinen Augen für mein Wertungsprinzip absolut fantastisch. Schreibt doch mal eure Gedanken zu First Blood bitte unten in die Kommentare und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder bei den Videos zu den nächsten Rambo-Filmen. Ich werde jetzt gleich das Video zu der Auftrag noch aufnehmen und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Macht's gut, bis dann. Ciao.